Oh, ich, ich. Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, ich spiele Slavisch. Läufe raus. Wir versuchen mal unseren ganz normalen Aufbau, den ich immer in... Oh Gott, ich realisiere das gerade gar nicht, was ich gerade mache. Ich versuche mal meinen ganz normalen Aufbau von... Kann ich das tauschen? Sollte ich das tauschen? Ist nur ein Tempo verschenken, oder? Ich weiß es doch noch nicht. Der Springer gehört, glaube ich, hierhin. Ach, schade. Sollte ich jetzt tatsächlich kurz rohieren? Aber hier ist schon der Turm drauf. Ich mache das trotzdem. Okay, Zeit ist noch halbwegs in Ordnung. Ich glaube, so zu schlagen ist besser. Springer abtäuschen ist es gut. Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott, wenn ich da mit in der Dame reinkommen könnte. Der Läufer, ich habe das Gefühl. Aber ich weiß auch nicht, ob ich wirklich den Bauern an ihrer... Oh Gott. Aber wir machen mal ganz ruhig weiter. Ich komme da nicht rein. Schade. Wie kriege ich das hin? Das funktioniert nicht. Verdammt. Oh Gott. Das kann auch noch abgetauscht werden. Wie kann ich das hinkriegen? Ich muss da irgendwie rein. Ich hätte vielleicht den König erst vorziehen sollen. Jetzt kann sie hier auf der Reihe die Türme auf der Reihe verdoppeln. Das finde ich sehr unangenehm. Okay, aber damit habe ich schon fast eher gerechnet. Ist das nicht Matt? Nein, Dauerschach. Reni. Dauerschach. Gott. Das gibt es nicht, oder? Das ist wirklich Dauerschach. Soll ich Remi anbieten? Oh Gott. Ich muss, glaube ich, trotzdem versuchen, das zu gewinnen, oder? Oder würdet ihr das einfach so weiterspielen? Ich weiß gar nicht. Ich meine, das Remis habe ich ja eigentlich schon safe. Oh Gott. Ich fange gleich an zu weinen. Das gibt es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier mit der Dame gleich hingehe, ist vielleicht sogar matt, oder? Oh, ich... Ich muss das einfach versuchen. Ich meine, gut, das hier Dauerschach gewesen, wie habe ich ja gesehen, das ist ja nicht schlimm, wenn das jetzt... Mir ist deswegen jetzt vermasselt, aber... Das muss ich jetzt einfach hier ausprobieren. Ich muss hier hin, oder? Scheiße. Hier? Ich habe es echt vermasselt. Oder wenn ich hier hingehe, kann hier Schach... hier ist da matt. Mist, ich habe es echt vermasselt. Oh mein Gott. Mit der Dame schlagen und dann? Wie geht es weiter? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist immer noch Remy, was? Ärgerlich. Schach. Gott, ich hätte darüber nachdenken sollen. Was mache ich dann? Das wäre matt gewesen, oder? So ähnlich. Scheiße. Oh Gott. Ich sehe gerade, wie knapp das alles ist. Oh Gott, das ist ätzend, ätzend, ätzend. Schade. Eigentlich habe ich keine Chance. Jetzt muss ich, ich will kurz mit, ich spiele gerade gegen den Computer zu Ende. Ich glaube nämlich, das Endspiel ist immer noch Remy, oder? Nee, ich schlage, geht da hier hin, geht sie hier hin, und hat sie gewonnen. Nee, habe ich mich verguckt. Aber er hätte die auch so gemacht, oder? Ihr hättet doch jetzt nicht Dauerschach gemacht. Ja. Aber als auch Remy. Ja. Ja. Ja.